nur 3 Grad oder so Yo, servisch Leute ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu unseren Hometrails hab gerade schon ein Video gefilmt und jetzt fahre ich gerade zu ein paar gebauten Trails und Yo, viel Spaß weiter gehts 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 iß Oh Boah Yo Das war der Trail, danke fürs Zuschauen Ich geh jetzt noch zum Bäcker hol mir was kleines Yo, tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal